Kennen des Körpers, des Lebens hier, nur von der einen Seite, der bewussten Seite, macht den Menschen schon krank. Er geizt auch mit seiner Gesundheit. Er sagt, er sprudelt von Gesundheit nach allen Seiten, von Diagnose A oder D-Gift oder C. Er sprudelt von Gesundheit, wenn ich dem glücklich. Die Spüre sind mir geschenkt. Ja, der wird auch nicht ewig, könnte man sagen. Ja, doch, der Körper ist hier, erscheint hier, seine Zeit, um hier, obwohl er keine Beweise hat, doch glaubt. Obwohl er keine Beweise hat, doch liebt und auch Hoffnung hat. Ohne Beweise. Dazu ist er hier da. Auch zu zeigen, ich strahle Glück zurück, obwohl man sagt, die es nicht gönnen, es ist nicht da, es ist hasta. Das nicht gönnen, kommt aus dem Naturgesetz her.